Hi Leute, ich bin's wieder, euer Dominik, direkt aus meinem Prühtraining, wie gewohnt. Und heute gibt es mal wieder eine Kombinationsübung für euch alle. Und zwar ideal, jetzt gerade um im Freibad schön den Bauch, das Gesicht brutzeln zu lassen. Es gibt eine Technikübung für Rückenschwimmung. Wie gesagt, Kombinationübung und zwar schwimme ich gleich Rückenarmzug mit Delphinbeinschlag. Wieso machen wir das? Im Schwimmen muss man natürlich auch immer viele Sachen koordinieren, viele Sachen kombinieren. Und bei der Übung wird gerade eben die Koordination der Teilimpulse aus Armzug und Beinschlag geschult, weil man wirklich versuchen muss, einen Delphinkick parallel oder zeitgleich zu einer Rückendruckphase zu machen, um wirklich den idealen Vortrieb aus diesen Sachen eben zu entwickeln, Armzug und Beinschlag. Und ich werde das Ganze so machen, dass ich immer auf einem Rückenarmzug zwei Delphinkicks machen werde. Das heißt, auf einem Rückenzyklus werden es vier Delphinkicks sein. Man muss wirklich gleichmäßig um die Längsachse rotieren. Man muss einfach den Rhythmus annehmen. Man muss wirklich einen Rhythmus aus zwei Lagen kombinieren. Rückenarme, Delphinbeine. Und das ist gar nicht so einfach. Also versucht einfach mal da einfach regelmäßig die Regelmäßigkeit reinzukriegen. Macht keinen abgehackten Beinschlag. Probiert es einfach aus. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja, Rücken, kein Abschlag, Schwimmen, gleichmäßig, Diagonalspannung. Schaut einfach zurück. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das war's schon. Also auch jetzt keine Technikübung, die so krass mega anstrengend ist, aber trotzdem anspruchsvoll. Wie gesagt, wie immer, Anfängerbereich, probiert es ja schon flossen aus. Um den Impuls in der Druckphase zu verstärken, könnt ihr euch auch gerne Fingerpaddles anziehen. Dann fühlt ihr einfach die Druckphase noch extremer, habt noch mehr Druck drauf. Und probiert es einfach zu Hause aus. Ich bedanke euch fürs Zuschauen, wie immer. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Dürft ihr auch gerne, natürlich wie immer, teilen, weiterverbreiten. Und macht's gut. Bis bald. Euer Dominik. Ciao, ciao.